Cevo Therm hat sein neues Verbundrohrsystem CevoPress Plus für Heiz- und Kühlanwendungen sowie Sanitär- und Trinkwasserinstallationen vorgestellt. Das in Deutschland hergestellte System sei DVGW geprüft und konform mit der Oberpositivliste, betont der Hersteller. Sämtliche Installationsvarianten lassen sich realisieren. Gruppenanschluss, T-Stückinstallation, Verteilsystem oder Ringleitung. Erhältlich ist das Metallverbundrohr in den Größen DN10 bis 25 ohne Vorisolierung oder in den Größen DN10 bis 20 mit Vorisolierung. Außerdem als Rollenware im Schutzrohr. Die Montage des Systems erfolgt für den Fachmann in bekannter Art und Weise.